Willkommen zu einer Runde Warface. Ja, wir gehen sofort ins Spiel drüber. Ich sag gar nichts erst und viel Spaß. Heute spielen wir eine lockere Runde Team Deathmatch in Warface. Was sollen wir sonst machen? Gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen Parockler haben. Aber die können wir auf jeden Fall mal weglassen. Machen wir kurz lauter. So, jetzt hat man was. Das hier ist die P-226AY. Wohlgemerkt die SIG-Sauer P-226. Einen. P-226AY. Vielleicht kriegen wir das ja heute gut hin. Na, das war nur nix. Na fuck, hab ich ihn nicht gesehen. Hab den voll verkackt. Hab ihn. Ist okay. Wohlgemerkt, wir werden nochmal hier auf ihn warten. Na komm raus. Na komm, na komm, na komm. Na fuck, bin runtergefallen. Nochmal. Der Typ wird sich jetzt getrollt fühlen. Ah fuck, veräumt. Auf jeden Fall warten wir hier. Ach, da war ein, das war ein Gegner. Lol. Der Sound war anders, wenn man stirbt. Geil. Das ist auch neu. Das hab ich jetzt auch erst gecheckt. Ja, es sind nämlich ein paar Updates reingekommen. Und die hab ich noch nicht alle realisiert. Es gibt auch eine neue Map, soweit ich weiß. Ah, da ist sie im Tuner Pro. Ich muss mich ein bisschen defensiv vorschleichen. Was ist denn verreckt? Wir haben nämlich 4 zu 1. Und das dürfen wir nicht verkacken, auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall nicht verkacken. Ähm, ja. Wie ihr jetzt wisst, dieser Kanal hier besteht ja hauptsächlich aus Warface-Videos. Die möchte ich gerne auch weiterhin nutzen. Hab ich mir auch mal den Schlüttnerig ausgerüstet? Nö, natürlich nicht. Mein Lauf ist natürlich kacke ausgerüstet. Nee, da kommt jetzt hier jemand. Ich muss mich vorsichtig ran spirschen, weil sonst verrecke ich einfach so, weil ich ein Lappen bin. Ach, da oben war jemand. Ich hab ihn nicht gesehen. Mr. Seaman. Mann, Mann, Mann. Das ist so eine Sniper-Map. Das geht so auf den Sack zwischendurch. Ja, das war voll veraimt. Ich seh den ja gar nicht, ne? Ich seh den da kein Stück, ne? Der Typ. Der kämpft da sicherlich, aber ich seh den nicht, weil ich dumm bin. Nee, nicht sichtbar. So, ist jetzt wenigstens hier mal sichtbar zu sehen. Nö, ne? Klar, neue Position bedeutet gleich neue Kills. Bedeutet gleich nicht sichtbar von dem anderen Gegner. Ähm. Da war er. Da war einer. Weg. Boah, das war Glück, Leute. Ich weiß, ich Harzkorb... Da ist er ja! Och, Leute, den hab ich nicht gesehen. Tut mir echt leid dafür. Ich warte. Harzkorb ist zwar, aber der Typ... Das gibt's nicht! Den hab ich vorher gesehen! Das gibt's nicht. Der Typ wusste, dass ich da stehe. Was für ein Hundesohn. Das werd ich mir nicht nochmal gefallen lassen. Bevor ich mir meine ganze KD versaue. Nur weil der Typ... Das gibt's nicht. Den hab ich veräumt. Kommt da her. Da hab ich ihn gesehen. Da war... Wo... Ich hab ihn doch vorher gekillt. Habt ihr doch gesehen, ne? Ich hatte den voll im Scope. Aber noch einer, hätt ich wissen müssen. War alles Zufall, dass ich ihn gesehen habe? Alles nur Zufall? Keine Hacks. Alles Zufall. Wisst ihr doch? Leute, 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 Leute. Ich krieg den auch. 100% nicht. Ich weiß, dass das Campen, was ich hier mache, das ist auch nicht so schön zu sehen. Aber... Was soll man bei den Jungs machen, ne? Die war mal schwächer, die Waffe. Aber das haben sie dann irgendwann... Wieder gepatcht. Und dann wurde sie stärker. Die P226 hat nämlich mal früher nicht so viel Schaden gemacht. Weil jetzt macht sie... Über 100 Schaden. Also 110... 110 Schaden. Das war Lack. Ich warte, bis hier jemand kommt, weil... Eine... Nein! Der hat mich mit der... Ah, der Snipertyp. Dieser Seaman, Alter. Der gibt mich gerade so richtig auf den Piss, ne? Der hat 11 zu 3. Der hat nur Lack, dass er sich so vercampt. Tschüss, Snipern. Das war nicht dein Glück heute. Würde mich zwar beobachten, aber ich gehe genau... In die andere Richtung, weil der Typ nicht weiß, wo ich bin. So, ich gebe es ein paar Ruckler. Das tut mir dann auch wirklich sehr leid. Leute. Naja, okay. Das lassen wir mal gelten. Veräumt, hochklassig veräumt, sag ich nur. Ich dachte, den kriege ich gar nicht mehr. Ich ragge auch nicht. Ich bin gerade voll konzentriert. Also, macht euch mal darum keinen Kopf. Und da ist er. Tschüss. Ich habe mich vorher hingelegt und dann schön draufgezieht. Und dann BAM! Tschüss. Ich gehe viel zu viel mittig rum. Slide kill. Ah, so sieht das jetzt aus. Es wurde viel erneuert, auf jeden Fall. LOL! Der kommt um die Ecke. Tchuch, 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 tchuch. Tchuch, 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 tchuch. Sonic. Tchuch, tchuch, tchuch. Und fliegt so weg. Ey, yeah. Nein, Spaß, Leute. Kleiner Witz am Rande. Ja, fleck mich doch. Für die Mini-Ruckler entschuldige ich mich wirklich nochmal. Boah, Junge! Gammel-Sniper, ey. Den hätte der wenigstens noch killen können. Also, den hätte ich auf jeden Fall gekillt. 13,9. Das verkacke ich heute noch richtig. Ich sterbe schon viel zu oft. Da war was. Das habe ich doch gesehen gerade. Ah, da war jemand. Den habe ich doch richtig gesehen. Ich war doch nicht blind. So, da wird auf jeden Fall jemand vorbeikommen. Das weiß ich jetzt schon. Eigentlich kommt da immer jemand vorbei. Immer. Woher wusste ich das eigentlich? Ich habe gewartet. Ich lasse mir da Zeit, wenn er nicht weiß, dass ich da bin. Jo, Mine! Das war Lack. Da war ich nur, bis er um die Ecke kommt. Oh, 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 oh. Veräumt, 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 veräumt. Gehe mich auf und zu. Ja, genau. Dieser Seaman. Der Typ. Der Typ geht mir die ganze Zeit auf den Sack. Aber dafür ist die Runde jetzt vorbei. Und wir haben, glaube ich, gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Nein, 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 nein. Stüpp, stüpp, stüpp. Ah, shit. Das war jetzt echt unlucky von mir. Weil er direkt am Spawnen war und ich einfach die Granate in der Hand hatte. Hätte ich bloß ihn weggepistelt. Gepistelt. Was? Ja, klar. Tchut, 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 tchut. Und dann killt er mich auch noch. Was sind das für Läufer heute? Da habe ich aber ganz schön eine Scheißrunde erwischt. Ja, auch eine Scheißrunde kann eine Kackrunde sein. Und das müssen wir halt auch ein bisschen hinnehmen. Aber wir haben Hauptsache gewonnen. Oder? Ja, wir haben gewonnen. Der eine hat 35, 12. Der eine hat 21, 10. Und ich habe einfach 16, 12. Hauptsache keine Minus-KD. Aber immer noch nicht das Wahre, ne? Ja, 9-3-KD gerissen. Mit einer Sniper 25%ige Präzigen. Ja, ne, nicht so prickelnd. Naja. So ist es halt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nein, dann lasst es einfach. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Runde Warface oder in einem anderen Spiel. Das wird aber hauptsächlich Warface hier gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hauen wir raus. Ciao.